Hi zusammen. Willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir zocken wieder Lucky Pharao. Diesmal auf 2 Euro. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Gewinne lassen bisher aber echt auf sich warten, muss ich sagen. Bei 2 Euro ist das Geld aber auch echt schnell wieder weg. Sollen wir das schon annehmen? Einen Power Spin? Na gut, wir probieren es einfach mal. Wobei ich glaube ich echt selten jemanden erlebt habe, der aus einem Power Spin wirklich viel machen konnte. Na gut, wir konnten es immerhin verdoppeln. Mal sehen. Vielleicht passiert es ja jetzt genau auf Video, dass es sich gelohnt hat. Ja. Immerhin sind wir noch am Leben. Ja, wir konnten länger spielen als ich dachte. Ich dachte nach ein paar Ausbilden wäre es schon direkt wieder vorbei gewesen. Das ist es bei mir meistens zumindest. Ja, immerhin. Diamanten sieht auch jede Frau gerne. Also das ist ein guter Gewinn. Weiter geht's mit 5 Power Spins. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, es geht auf jeden Fall besser. 17 Power Spins. Wenn es so weiter geht, dann bin ich zufrieden. 18 Power Spins. 第 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok, bei 120 wechseln wir wieder mal den Einsatz, das hat uns ja überhaupt kein Glück gebracht bisher. Ja, 15 Power Spins. Geht doch. Besser als gar nichts. Wir wollen ja auch nicht gierig werden, aber ein bisschen was gewinnen wollen wir natürlich trotzdem. Zwölf Power Spins. Mal gucken. Falls ihr den Kanal übrigens noch nicht abonniert habt, macht das bitte gerne nochmal. Ich danke euch für eure Unterstützung. Und schreibt auch ansonsten gerne mal in die Kommentare rein, welches Spiel ihr als nächstes sehen wollt. Aktuell spiele ich jetzt einfach die Spiele, die mir gefallen, die mir Spaß machen. Aber es gibt bestimmt auch ganz viele Spiele, die ich noch gar nicht kenne. Die ich gerne dann auch mal spielen kann und euch zeigen kann. Oh, mal gucken. Ja. Bei sowas Wichtigen verwandelt ihr ja auch nie die besten Symbole eigentlich. Und dann, wenn es nicht nötig wäre, gibt ihr uns ein Diamantensymbol. Und man dann aber nur noch eine Linie hat mit drei Symbolen. Schade. Schade. Und die Pausepins. Und dann, wenn es nicht nötig ist. Oha. Ja. Ist doch gut eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt nur mit einem Buchstaben gerechnet. Nicht schlecht. Mehr als wir noch drauf haben. Vielleicht hätte ich diesen Einsatz doch nicht so verteufeln sollen. 24 Pausepins. Los geht's. Was hat das nicht so verteufelt steuert? ekiго tamen. Kannst du diesen Einsatz fahren? Das lim charismatic natürlich wäre nicht so, ganz Argandest. Das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade, dass man die nicht auch als Power Spins machen kann. Schade. Schade. Das hier wäre vier Diamanten gewesen. Das wäre so gewesen. Ein Faust und dann haben wir noch mal sehen. Ich würde sagen, wir nehmen das Geld an. Ich würde sagen, es reicht erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst wie gesagt nicht, den Kanal zu abonnieren wollte ich gerade noch sagen, aber das spielen wir natürlich noch zu Ende. Auch wenn er jetzt natürlich rüberbucht, das ist ein bisschen schade. Und dann müssen wir jetzt halt ein bisschen schneller verzocken. Zehen raus, wenn es losgeht. Zehen raus, wenn es losgeht. Das geht auf jeden Fall besser. So zum Beispiel. 17 Horsepins, das wird es doch gleich viel besser. So zum Beispiel. 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 Wir sind wieder bei 100 Euro beim Gewinn. So zum Beispiel. So zum Beispiel. So zum Beispiel. So zum Beispiel. So. 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 Das war jetzt nicht so prickelnd. Ich glaube dem Automaten reicht es auch schon. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und Ciao!